Das war schon wieder eine Folge vorbei, Alter. Wir nehmen schon wieder über eine halbe Stunde auf hier in diesem Loch. Ja, läuft. Ich würde mal sagen, das hier ist auf jeden Fall spannender als Gronks Minecraft Let's Play, ne? Total. Und abwechslungsreicher hier. Also ich glaube, sowas wie er hier gemacht hat in seinen Let's Play, ne, was wir hier machen, hat er noch nie gemacht. Genau, das wollte ich sagen, genau. Ich bin so einfallsreich. Auf jeden Fall, ja. Muss ich dir recht geben. Ja, also es kommt nie was Gutes raus, wenn ich schon viel zu lange wach bin, total im Arsch bin und alles, da kommt nie was Gutes dabei raus. Was machst du denn das doch immer? Mensch, Mensch. Ja, ich könnte es auch wieder einfach random sagen, dass ich gerade vorhin Minzy Minz Eier gelutscht habe oder so, keine Ahnung. The fuck. Ja, das meinte er vorhin zu mir, dass ich ihm die Eier lutschen soll. Kann ich ja auch einfach mal random mit reinbringen. Ah, jejeje. Also ich glaube, jetzt einfach guckt ihr einfach mal die Videos von Veni, weil da seht ihr Venis immer was spannenderes. Naja, so spannend ist es auch nicht. Ich suche jetzt gerade, wo der Zombie herkommt. Ich hörte nämlich den ganzen Zombie und ich brauch die Level. Wo ist der Schwachkopf? Ach, ehrlich. Wie viel hast du eigentlich mittlerweile an Level? Ich bin bei 18. Also es geht auf jeden Fall, ja, einigermaßen fix. Sag ich jetzt mal. Ich würde mal so sagen, mach bis 20 oder so und dann kannst du kommen. Ich finde den Weg nicht zu dir, das ist es ja gerade. Meinst du, ich habe noch einen Plan, wo du langgelaufen bist? Auch wahr, ja. Wie gesagt, farm du am besten jetzt einfach noch. Versuch noch ein paar Diamanten zu finden oder so. Ich glaube nicht, dass ich noch welche finden werde. Aber du kannst ja auch nochmal vorbeikommen, dann campen wir beide hier nochmal ein bisschen. Dann können wir nochmal ein bisschen farm, weil... Ich weiß nicht, umso besser die Verzauberungen sind, umso chilliger ist es natürlich. Ja, was viel besseres kriegen wir dann kaum mehr, würde ich sagen. Also es wird einfach viel zu lange dauern. Okay. Weil ich denke mal, wie gesagt, David wird jetzt echt wo noch farm. Dem werden wir wahrscheinlich oben an der Oberfläche jetzt nicht mehr begegnen. Ja, oder er denkt sich wohl und läuft die ganze Zeit oben rum einfach. Läuft wahrscheinlich die ganze Zeit vor Cube und Tobi weg. Auch wenn es halt, wenn es so David-Style wäre, sag ich jetzt mal. Der ist jetzt keiner, der sich jetzt, äh... Jetzt noch alleine irgendwo, was weiß ich, was versucht noch irgendwie was besseres zu finden, aber... Was besseres... Der kann ja nicht nur was besseres finden, egal wo der hingeht. Der ist ja obdachlos. Na, richtig. Au! Fucking Spinner habe ich mir jetzt erschrocken! Weiße, da springt man einmal hoch, ne? Alter! Ich hab schon wieder Level 6. Ich brauch Level 7, dann kann ich mir die... Schuhe reparieren. Nicht, dass die dann im Kampf kaputt gehen, das wär nicht so gut. Ich glaub, zuerst mach ich mir dann die Hose. Bin mir auch nicht sicher. Ich hab genug Level. Ah! Jamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjamjam 5, 6 Das heißt ich kann noch ne Hose machen Egal Die verzauber ich dann jetzt aber auf Level 1 Das ist mir Level 8 nicht mehr wert Und bin ich noch Diamanten neben Dingsens in der Truhe gehabt? Nein, wir hatten noch einen in der Truhe Und ich hab halt grad vorhin wieder 8 abgebaut Achso, alles klar Grab mich jetzt einfach mal in die Richtung hier weiter Vielleicht find ich hier irgendwas spannendes So Ich sag noch 13 Blöcke in die Richtung Mal schauen Boah es ist so spannend hier Auf jeden Fall ja Ich würde auf jeden Fall gleich sagen Dann machen wir gleich einfach noch ein bisschen Action Wenn wir Cube, Tobi oder Schnee oder Austria in die Hände laufen Mein Gott, dann haben wir einen letzten Endfight gehabt Den ich dann am besten auch noch in Slowmotion Und Schwarz-Weiß einfach was weiß ich was einblenden werde Und dann mit dramatischer Musik Oder so, keine Ahnung Was ich dann wahrscheinlich eh vergessen werde Aber man kann ja mal sagen, dass man es macht Das ist dann immer das lustige Wenn in einem Video was sagt Er will das und das machen, dann vergisst du es einfach Das ist bei mir immer so Auch wenn ich sage Oder das beste Beispiel war jetzt Das habe ich glaube ich vor zwei Wochen hochgeladen Das Video da habe ich mit Da war ich halt beim Tabletennis Game Da hat er halt gefragt, ob ich bei ihm beim Minigames mitmache Und da ging es halt darum Man stand halt auf drei Blöcke Und man muss halt Von wegen Errate Beziehungsweise es gibt halt einen Buchstaben Zum Beispiel L Und man muss sich halt immer Wörter einverlassen Immer halt gegenseitig Sprich wenn du jetzt Lastwagen sagst Musst du ein anderes Wort mit L sagen Das geht halt immer so weiter Bis halt keiner mehr Jemanden Namen weiß nach fünf Sekunden Und wenn du halt fünf Sekunden Kein Wort mit L gesagt hast Dann verlierst du halt ein Leben Und das haben wir das letzte Mal gemacht Und ja ich habe glaube ich Das letzte Mal War das glaube ich Kurz bevor der Cut war Habe ich halt noch ein Wort gesagt Und das wollte ich auch in Slowmotion halt sagen Und ja Machen, schneiden, wie auch immer Ich glaube du verstehst Was ich meine hoffe Okay ich habe jetzt eine Protection 1 Diahose Jetzt ist die Frage Ob es sich mehr lohnt Die anzuziehen Und eine Protection 3 Ironhose Ich glaube es ist fast die Eisenhose Und dann gebe ich dir einfach die Diahose Das dürfte passen oder? Mach wie du möchtest Wie gesagt Ich bin voll der Minecraft Pro Ich weiß was besser ist Standard Kannst du eben fix googlen oder so? Nee ich glaube wirklich Also ich bin mir zu Sagen wir mal 95% sicher dass die Eisenhose besser ist Na alles klar Soll ich dich mal abholen kommen? Ja Na ich bin jetzt Level 21 Ok sehr gut Kriegst ja wahrscheinlich auch noch ein paar Level bis ich da bin und alles Ja ja ich denke mal 25 eventuell noch So dann machen wir die Hose noch da dann Habe ich noch ein bisschen Redstone Du bist gerade bei uns in der Base oder? Ja Alles klar Aber ich gucke mal fix wie sieht es mit der Festplatte aus Gut alles locker easy So das war hier lang 65 GB frei Da dürfte noch passen Hier runter Hier rüber Und hier hin zusammen So 22 bin ich jetzt Ich hoffe ich bin hier wirklich richtig Wir hatten ja dann irgendwo so ne Treppe Die suche ich gerade Du hast auf jeden Fall besseren Orientierungssinn als ich Das war hier hoch Ich erinnere mich zurück einfach Ich hätte einfach irgendwo in die Wand Penisse einmeißen sollen oder so Keine Ahnung Erstens nehme ich noch eben mit Aber noch Schmelz gibt mein Level Vielleicht brauchen wir das noch Von Rückweg kann ich die Kohle noch abbauen Dreckige Camper Dreckige Camper Oh guck mal Ich glaube Wen meinen die Ich weiß nicht Vielleicht mal hinter uns Aber wenn der runter kommt Töte ich hin Ich glaube da hinten ist die Treppe Also wenn ich gar nicht angegriffen werde Dann weiß ich was los ist Warte ich platz hier mal kurz ne Fackel Achte einfach drauf ob du jemanden abbauen hörst Hier irgendwo muss doch diese Treppe Ja genau hier ist sie perfekt Also ich sehe keinen Namen Also kein Namen bedeutet kein Daraus Das ist schon mal ganz gut zu wissen Kein Daraus ist immer gut D- aber Ist doch weh Autsch U- landmark Bist du da? Ja ich stehe vor dir Oh Ich hab das gar nicht gemerkt Der tolt noch die Spinne an da oben Oder lass mich mal kurz Mach mal Geh mal weg Ah ja ich hau es schon ab ey Au Ist okay, ist okay, hau mich ruhig. So, sehe ich einen Namen oben? Restlichen XP nehme ich jetzt noch mit. Dann gehen wir. Soll ich? Alles klar. Gehen wir. Ein bisschen hier lang. Und dann hier. Läufs. So, hast du Fackeln? Jo. Gut, warte kurz. Ich muss jetzt nur kurz orientieren. Ne, ne. Lass mich nur kurz orientieren. Ich glaube, hier lang war es, ja. Hier lang war es. Soll ich hier mal zwischendurch wackeln setzen? Musst du nicht. Hier runter? Und dann hier rüber. Alter. Das kannst du nicht. Hier ins Wasser ran. Doch nicht antun. Über eine Schlucht. Ich fall da doch runter. Ins Wasser. Komm. Ja, komm. Ich bin schüchtern. Ja, komm. Okay. Ich wollte nur meine Kartoffel wieder aufsammeln. Dann hier drüben runter. Oh, Alter. Dieses. Wie zu hell vom Fick hast du das hier so, ne? Alter. Hier links. Dann kommen wir zur Glaskuppel. Du hast bestimmt so ein Navi oder so. Keine Ahnung. Alles Hacks. Oh, es ist gerade am Dunkelwerden draußen. Warte, geh du schon mal weiter in die Richtung. Okay, das hat nicht gereicht mit der Kohle. Aber ich baue mal die ganze Kohle und so weiter ab, die ich jetzt auf dem Weg finde. Dann habe ich zwei Level. Ich werde hier was machen. Das ist falsch. Ich musste einfach mal mitsingen, tut mir leid. Was hast du gerade gesagt? Dass da falsch war. Hier vorne gehören wir ran. Also, okay. So, und da sind wir. In der guten Stube. Ah, okay. Alles klar. So, ich komme gleich. Ich will ja jetzt wissen, wo der Zombie ist. Ohne Spaß. Kann doch nicht sein. Na, der ist hier irgendwo. Irgendwo, ja. Da in die Richtung. Da hat mein rechtes Ohr gerade gesagt. Von wegen Yolo, da ist er. Hm. Diamond Leggings. Da nehme ich die schon mal. Ja, nimm dir aber die mit Protection, ne? Ja, Fire Protection. Ne, es gibt auch Protection. Hier unten. Echt? In der unteren Kiste. Ach da, okay. So, dann machst du mal bitte folgendes. Du nimmst dir mal Eisen raus, einiges. Und links mal. Boah, ist hier alles voll, oder wie? Ein bisschen, ja. Hast du ein bisschen Eisen? I need to leering aus my Dingsons. Wo ist ein Eisen? Boah, in der zweiten Kiste ist er hier. So. Dann tust du das Eisen gemeinsam mit den zwei Sachen in den Amboss. Immer nur ein Eisen. Also, du tust die Boots links ran, und rechts tust du ein Eisen ran. Was soll ich machen? Links tust du die Rüstung ran, und rechts ein Eisen. Ein Eisen? Ja, wirklich nur eines. Okay. Und das gleiche bei dem... Genau. Okay. Okay. Gut. I do it. For you, darling. Gut, dann kann das im Kampf wahrscheinlich schon mal nicht mal kaputt gehen. So, ich hab jetzt noch acht Level. Gut, mit acht Level. Was machen wir mit acht Level? Was hast du auf deine Rüstung überall? Protection 2. Überall? Außer auf meiner Chestplate und auf meinen Boots. Die sind aber auch schon ziemlich angekratzt. Was hast du da? Auf der Chestplate in den Boots? Protection 2. Aber du hast wirklich überall Protection 2, ne? Ja, halt außer auf der Chestplate und auf meiner Diamant Leggings. Auf der Chestplate hast du was drauf? Protection 1. Ja. Das sollte machbar sein. Und was ist bei dir angekratzt, hast du gesagt? Na, wohl, es wird sich nicht ausgehen wahrscheinlich. Was hast du für ein Schwert? Scharpness 4 Eisen, ne? Ja. Okay, passt. So, dann kannst du dir das mal mit deiner Chestplate vereinen. Dann hast du Protection 2. Okay. Bin ich gut. Äh, ja, dazu muss ich jetzt mal mich selber aus Sinon, aus Triptise. Ey, ich finde dich seh sexy aus, oder? Guck mich mal an. Mit meinem blauen Stehler in dem Körper. Ja, total. Stehler. Ey, da sind so viele Muskeln drin, die sieht man schon gar nicht mehr. Okay. Äh, WTF. Oh, unser Armbrus ist kaputt gegangen. Ist es Protection 2? Ja. Okay, passt. Jetzt hab ich noch zwei Level. Ja, äh, ja, können wir eh nichts mehr machen. Ja, wollen wir da rauf gehen? Ja, ich hab so viel Scheiße im Inventar, ne? Dann leert das noch irgendwo hin, wo noch Platz ist. Ah, warte mal, haben wir noch Holz irgendwo? Ich fahr, ich dürften wir eigentlich noch. Hier unten haben wir noch ein bisschen. Ja, ich hab, ich hab Holz. Ich mach jetzt noch eine Truhe hier. Ja, beziehungsweise zwei Truhen. Äh, so, schnell crafting. So. Ich nehm jetzt noch die ganzen Karotten mit. Ich bin so, magst du mal irgendwo ein Loch reinbauen? Da. Äh, da wollte ich eigentlich eine Truhe hinmachen, aber machen wir es auch einfach so. Okay. Machen wir einfach so. Da kannst du dich mit mir stellen. Doppeltruhe. So. Oh, ich hab nen Apfel. Haben wir denn noch irgendwas, was wir brauchen? Das ist ein Apfel. Mhm. Wir haben nicht genug Gold für, nicht mal für nen schwachen Goldapfel. So meine Purple-Wool sollte ich da eventuell nicht reinschmeißen. Das wär nicht so, so schlau. Kann man auch irgendwie schnell wegschmeißen? Was? Kann man auch irgendwie schnell wegschmeißen? Äh, ja, mit Kuh, beziehungsweise Steuerung-Kuh. Kannst du in deinem Inventar die Sachen direkt rausfallen lassen. Also einfach ins Inventar gehen und dort dann drüber halten und Kuh und Steuerung-Kuh. Steuerung ist halt für den ganzen Stack. Ah. Ey, das ist ja voll chillig. Brauch ich ein Feuerzeug? Hm, wenn du nen Lava-Eimer hast, nicht wirklich. Ich nehm mir noch den Sattel mit, aber auf jeden Fall. Äh, haben wir da noch irgendwo nen Lava-Eimer, beziehungsweise nen Eimer? Äh, ja, Lava-Eimer haben wir noch. Ich hab noch nen Diamants-Sword mit Knockback 1. Ich glaub, das kann ich auch wegschmeißen. Ja, mach mal. Brauchen wir nicht. Nehm dir noch alles am Pfeilen, was dann hier noch drinnen ist, was du brauchen kannst und so weiter. Ja, ich hab 57 Pfeile, das reicht. Dann passt, ja, ich hab auch nen Stack. Also, es dürfte... Äh, Lava-Eimer, Lava-Eimer, Lava-Eimer. Hier unten in der Kiste. Also, da, wo ich draufstehe. Ah, da, alles klar. Okay, ich hätte dann eigentlich alles. Ich mach noch ein bisschen mehr Cobble, vielleicht. Ja, stimmt. Ich nehm auf jeden Fall auch nen Stack-Cobble mit.